Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. In dem heutigen Video betrachten wir mal wieder Bitwig Studio. Bitwig hat ja die Version 3.2 rausgebracht und ich würde da gerne mal so einen Blick auf die Sachen werfen, die jetzt nicht direkt auf der Homepage schon angegeben sind oder die jetzt schon in den ganzen Videos irgendwie, die gedreht wurden, auch zu den Beta-Versionen schon aufgetaucht sind. Das heißt, ich werde nicht mich auslassen über EQ+, über die Arpeggiator-Sektion, über Node-Selector und FX-Selector und so weiter. Auch nicht über den Saturator, auch wenn ich die ganzen Sachen cool finde. Waren sie aber doch tatsächlich anfangs nicht der Grund, warum ich jetzt auf die Version 3.2 umgestiegen bin. Denn für mich war viel stärker der Aspekt entscheidend, dass Bitwig viele Feinheiten unter der Haube, die in den Release-Notes auch so nicht reingeflossen sind, dass sie dort dran gearbeitet haben. Das fängt zum einen an damit, dass ich hier in den Settings die Möglichkeit habe, meinem mittleren Maus-Knopf eine unterschiedliche Funktion zuzuweisen. Ich kann hier nämlich den mittleren Maus-Button nur dafür reservieren für Panning-Geschichten. Das heißt, früher konnte man ja immer, wenn man das Mausrad gedrückt hat oder halt, wenn man eine Trackball nutzt, so wie ich, drückt man einfach die entsprechende mittlere Maustaste und scrollt dann rein und dann kann man rein zoomen. Bei der Magic-Mouse von Apple funktioniert es irgendwie anders. Das habe ich jetzt nicht, aber solche Funktionen gab es. Dann konnte ich hier in die Arranger-Ansicht einfach rein zoomen und mich da von rechts nach links bewegen. Das kann ich hier quasi ausschalten, indem ich hier nur auf Panning gehe und dann funktioniert mein mittlerer Maus-Button oder mein Scrollrad, wenn ich das drücke, tatsächlich und die Maus dann hoch und runter bewege, dann funktioniert das tatsächlich nur beim Panning. Oder ich habe halt hier die Möglichkeit, das für beides aktiv zu lassen. Ich finde beides aktiv ganz gut, denn ich mag das einfach schnell in die Session rein- und rauszuzoomen. Das ist zum Beispiel was, das wurde so in den Release-Notes gar nicht großartig breitgetreten. Finde ich, ist aber eine sehr, sehr coole und sehr, sehr smarte Idee, die sie dort umgesetzt haben. Dann keine Neuerungen der Version 3.2, aber es ist mir das erste Mal aufgefallen, dass es das gibt. Schätze ich, hat irgendwo in der Version 3.3.1 Einzug gefunden, ist die Möglichkeit, mir Automationsspuren für ausgewählte Spuren anzeigen zu lassen und oder halt für alle Automationsspuren, die es in dem Projekt gibt. Ich habe mir da auch schon Tastenkürzel halt gelegt. Damit macht man das Navigieren und das Anzeigen von Automationsspuren in dem Projekt, finde ich, unheimlich einfach. Und das Ganze trägt dazu bei, dass ich mich schneller in einer Session bewegen kann in dem Projekt und mein Fokus tatsächlich bei dem musikalischen bleiben kann und ich mich weniger um irgendwie Mausbewegungen kümmern muss und danach denken muss, okay, wo muss ich da nochmal hin mit dem Mauszeiger? Das finde ich sehr, sehr, sehr gut. Ja, ansonsten haben wir hier natürlich die Möglichkeit, VST3 über VST2 zu präferieren, weil die meisten neueren Plugins sind ja alle tatsächlich VST3 und bieten dann noch als Rückfallsicherheit quasi VST2 an. Genauso ist es mit 64-Bit und 32-Bit. Für alle, die halt Windows oder Linux nutzen, für Mac und wenn man da halt auf die Version 3.2 upgraden möchte, braucht man ein neues OS oder eine neuere Version. Da sollte man Obacht geben und mit der neuen Mac OS-Version gibt es dann auch nur noch 64-Bit-Plugin-Support. Wichtige Geschichte sollte man im Kopf verhalten. Genau, das an dieser Stelle. Ansonsten Packages, da gibt es von Polarity oder Robert Bartmeier, so heißt der nette Mann, hier noch eine Collection irgendwo drin, ich weiß nicht genau wo, aber der hat hier neue coole Sachen rausgebracht, könnte man auf jeden Fall definitiv mal reingucken und reinhören. Ah ja, unter Artist Collection Polarity Tools, da hat er was Neues mit drin und hat auch irgendwo noch, ich glaube in den Extended Collection hat da auch noch was Neues reingepackt. Und wichtige Sachen, die für mich letztendlich der Faktor waren, warum ich auf Version 3.2 umgestiegen sind und darum soll es sich in diesem Video auch drehen, ist das Slice and Place. Denn da hat Bitwig tatsächlich ordentlich gearbeitet und hat auch versucht, da einen einheitlichen Stil zu finden. Wir hatten nämlich davor in Version 3.02 zum Beispiel die Option Split at Onset und das heißt jetzt Slice at Onset, das heißt jetzt aber auch Slice at Beatmarker und so weiter. Da habe ich mehrere Funktionen, zeige ich euch gleich. Das finde ich ganz gut, dass sie das vereinheitlicht haben und in dem Rahmen, weil ich halt auch viel mit Audiomaterial arbeite, fand ich das natürlich cool, dass sie so die Möglichkeit jetzt hinzugefügt haben, da auch nochmal was anderes als nur Beatmarker und Onsets auszuwählen. Ich zeige euch das mal. Ich habe hier oben die Kickdrumspur, ich ziehe sie mal einen Ticken größer, die habe ich mal markiert, gehe dann hier unten auf den Editor und habe hier meinen Layered Editing Mode aktiviert, in dem arbeite ich halt am liebsten, gerade wenn es um Drum-Geschichten geht, weil dann kann ich mir die Spuren einfach auswählen. Vorher war es so, dass wir hier, wenn wir Onsets auswählen und wir zoomen rein, dann haben wir hier überall unsere Onsets und da hat Bitwig auch zumindest bei diesem Projekt einige ausgelassen. Immer mal wieder sieht man und da macht es im Durchschnitt ganz gute Arbeit und da hatte ich bis jetzt halt immer die Option, dass ich einen Rechtsklick ausführen konnte oder halt eine Tastenkombination für Split-Add-Onset. Ich habe hier Slice in Place, Shift-S hinterlegt und dann hatte ich vorher halt immer nur die Möglichkeit, hier Onset auszuwählen und da zu schneiden und jetzt habe ich halt die Möglichkeit, auf einem Beatmarker zu schneiden oder halt basierend auf dem Grid-Muster. Und da kann ich in Bars, in einem Halbtakt, Viertel, Achtel, Sechzehntel, Zweiundreißigstel, Vierundsechzigstel und Hundertundzwanzigstel und dann halt hier noch jeweils gerade oder nicht ungerade Triplet, Quintolen, Septolen und so weiter kann ich schneiden. Das finde ich sehr, sehr, sehr gut. Für die Kickdrum selber hier bräuchte ich das nicht, da würde es mir reichen, wenn ich einfach Onset drücke und dann OK drücke, dann hat er mir das hier zerhackt und hat natürlich auch einige nicht erwischt, wie diesen hier. Das muss man dann händisch quasi nachjustieren. Das gab es davor auch und das hat auch soweit ganz gut funktioniert, wo jetzt tatsächlich die Neuerungen eintreten und was cooler ist, ist, wenn es dann um Overheads geht. Weil bei Overheads kann ich natürlich hier alle Onsets triggern. Das hat aber den Nachteil, dass ich dann so sehr abgehackte Sounds und das macht sich halt einfach in Beckengeräuschen sehr bemerkbar. Das klingt unnatürlich, wenn die abgehackt sind und wenn die in so kleine Raster unterteilt sind. Da habe ich jetzt nämlich die Möglichkeit, das nicht nur basierend auf diesen Onsets zu machen, sondern ich habe die Möglichkeit hier zu sagen, ich möchte das in einem Halbtakt oder in einem Viertel, Achtel, Sechzehntel oder Zweihundreißigstel machen. Und das ist dann wiederum richtig, richtig cool. Also ich kann jetzt mal einen Viertel und Straight machen und dann macht er mir hier ein Viertel und wenn ich dann sage, okay, quantisiere mir das, also huch, ich will natürlich nicht nur den einen, sondern alle quantisieren, dann kann ich hier auch wieder Custom machen und sagen, hier, mach das bitte in einem Sechzehntel oder ein Zweihundreißigstel oder so und habe dann dort einfach einen sehr, sehr schönen Raster drin. Jetzt hat sich da nichts verschoben oder nicht großartig was verschoben, weil ich halt eh schon so eine kleine Größe ausgewählt hatte, dass da nicht viel passiert. Das hilft mir allerdings sehr, 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 um den Drum-Sound halt natürlich zu halten. Denn wenn ich hier das so wie davor, basierend auf den Onsets schneide und quantisiere das dann, dann verschiebt er das so stark und so extrem mit unter, dass ich einfach Artefakte bekomme. Und so kann ich das dann doch nochmal ganz anders bearbeiten. Und er halte dadurch dann einen natürlicheren Sound, weil er dann halt nicht hier jeden Einzelnen, hier in diesem Beispiel, finde ich, kann man das ganz gut sehen. Ich markiere den mal gerade. Also hier hat er ja vier Onsets erkannt, aber er hat nur in einem Viertel quasi geschnitten. Und das macht es halt hundertmal natürlicher, weil er diesen ganzen Bereich, wo vielleicht gerade voll viel abgeht und wo ich in meinem linken Overhead-Mic auch noch Anteile von der rechten Schlagzeugseite drin habe und so weiter. All das, das behält er quasi bei. Und dadurch klingt es natürlicher und zerstört am Ende nicht meinen Schlagzeug-Sound. Und das ist das, was ich meine, was halt diese Kleinigkeiten sind, die nicht auf der Bitwig-Seite auftauchen, wo sie aber doch dran arbeiten und wo man auch immer wieder merkt, dass wenn ich einen Wunsch habe, dass sie doch an der einen oder anderen Stelle nochmal was nachjustieren könnten, dass die Bitwig-Leute da sehr, sehr wohl Obacht geben und auch zuhören und dann einfach schauen, wie können sie es für ihren Workflow und in dem Gesamtkontext gut umsetzen. Und das, finde ich, ist dann richtig, richtig cool. Das macht auch Spaß, deswegen die Software zu benutzen. Und das waren die oder mit die Gründe, warum ich umgestiegen bin, jetzt doch auf die Version 3.2. Dass es halt diese Feinheiten sind, dass es nicht der Equalizer ist, der auch cool ist, klar, der EQ+, den nutze ich tatsächlich selten. Ich nutze den EQ5, aber man weiß ja, man kann den einfach upgraden auf einen EQ+. Der ist cool. Ich habe hier die ganzen Bänder und, 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 und lauter tolle Sachen. Das ist alles keine Frage. Sehr, sehr cool, sehr, sehr nice, aber war nicht mein Hauptgrund. Und sind für mich quasi nur noch so Ergänzungen, denn für alles andere hatte ich irgendwie schon einen ganz guten Workflow und hätte das jetzt für meinen Bedarf nicht unbedingt gebraucht. Natürlich, klar, den Saturator, den kann man immer mal gebrauchen für, was heißt ich, Vocals oder Gesang, also für Vocals, Gesang ist das Gleiche, für Vocals, für den Bass, für E-Gitarren, für Drums oder was auch immer, kann man das immer schön einsetzen. Aber es gibt natürlich da auch schon einen Haufen anderer Sachen am Markt, sodass man das nicht unbedingt gebraucht hätte. Aber so essentielle Sachen, die tatsächlich die Software selber mitbringen sollte, da finde ich, haben sie ganz gut und nett daran gearbeitet. Gefällt mir sehr, sehr gut. Gut, eine letzte Sache, die ich in dieses Video noch gerne stecke, ist nämlich die, den Timeruler, die, ich weiß jetzt nicht, ob es genau Timeruler heißt, aber die Möglichkeit, sich hier oben statt der, statt der Bass und der Takte einfach einen Timecode anzeigen zu lassen, das finde ich sehr, sehr cool. Warum finde ich sehr, sehr cool? Ich mache keine filmerische Kompositionen oder so. Das heißt, dafür wäre es sehr, sehr cool, wenn ich hier jetzt noch ein Videofenster habe, dann kann ich immer sehen, an welchen Stellen möchte ich wo komponieren. Mache ich nicht. Ich finde es aber trotzdem sehr, sehr geil, weil ich dadurch in so Mixed Revisions, wenn ich mit Klienten arbeite, einfach halt schneller im Projekt navigieren kann. Wenn die mir sagen, bei Minute 3, 0, 2, da ist die E-Gitarre noch leicht out of time oder was auch immer, irgendwas, was mir durchgerutscht ist oder wo sie noch nicht so zufrieden sind, dann kann ich halt damit ganz einfach an die Stelle springen. Und das macht einfach die Navigation für mich dann in einer Session, in einem Projekt einfacher und viel angenehmer, finde ich eine kleine, aber doch erwähnenswerte und sehr, sehr coole Änderung, die sie dort vorgenommen haben, die natürlich auf lauter andere Sachen auch hoffen lässt, aber für meinen Arbeitszweck so erstmal vollkommen ausreichend ist. Das soll es an dieser Stelle zu der Version 3.2 gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann liked das Video natürlich und drückt die Glocke, abonniert den Kanal, dann werdet ihr benachrichtigt, sobald ein neues Video rauskommt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hier noch nicht alle Sachen aus der Version 3.2 abgefrühstückt habe, sondern da werden noch einige Sachen kommen. Hundertprozentig. Dann schreibt mir natürlich, wenn ihr selber noch Ideen habt oder sagt, hey, da bist du gar nicht so drauf eingegangen, hätte ich mir gewünscht, Themen, die euch interessieren, zur Bitwig-Software, dann schreibt die natürlich unten in die Kommentare. Und ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.